Hast du schon gehört? Ein brutales Video ist aufgetaucht, das zeigt, wie US-Rapper P. Diddy seine Ex-Freundin attackiert. Das Video dürfen wir hier nicht zeigen, haben es aber für euch auf unsere Website gepackt. Den Link findest du in der Bio. P. Diddy ist seit etlichen Wochen in den Schlagzeilen. Vorgeworfen wird ihm Missbrauch, Menschenhandel und etliche weitere Dinge. Das Video ist aus dem Jahr 2016, von einer Überwachungskamera aus einem Hotel in Los Angeles. Laut Diddys Ex-Freundin, der R'n'B-Sängerin Cassie, die in dem Video zu sehen ist, sind die Videoaufnahmen damals nicht an die Öffentlichkeit gekommen, weil der Rapper 50.000 Dollar Schweigegeld an das Hotel bezahlte. Zwei Tage später ließ das Paar sich auf einer Filmpremiere blicken. Deutlich zu sehen, Blessuren an den Beinen der Sängerin. Die Thematik um Rapper P. Diddy scheint aber noch viel tiefer zu gehen. Seine Villa soll komplett mit Kameras ausgestattet sein. Und durch diverse Partys auf seinem Anwesen soll der Rapper über belastende Videoaufnahmen gegen hochrangige Personen und Politikern verfügen. Was ist deine Meinung zu dem Thema P. Diddy? Für mehr Rap-News macht das bloß weg und folgt unserem Kanal. Hier halt nicht auf dem Laufenden.